Polizeiruf 110 Mit Hauptmacht heißt der Kreisel und Kommissar Kleinmayr Es war wieder einer dieser öden Nachmittage. Draußen feiert die Welt Weihnachten und wir warteten darauf, den gemeinen Verbrechern die Stirn zu bieten, wenn die Bevölkerung uns ruft. Da schrillte plötzlich das Telefon. Hallo, MDR Live. Oh, Herr Präsident. Was sagen Sie da? Sie haben den Mörder entdeckt. Arten Sie eine Minute mit der Verhaftung. Wir sind sofort zur Stelle. Kleinmayr, mitkommen. Man hat den bestialischen Rasiermesser Mörder entdeckt. Oh, du Freiliche. Oh, du Seelige. Oh, sing mal bitte mit hier. Ja, sing mal ein bisschen mit hier. Ja, sing mal ein bisschen mit hier. Ja, ich bin mit der Verhaftung. Na, den siegenden Weiner weint. Oh, was kann ich denn bei der Verhaftung hier? Im Namen des Gesetzes. Sie sind verhaftet. Los, Kleinmayr, lesen Sie ihm die Rechte vor. 250 Gramm Mehl, drei Eierpäckchen, Manöle zu. Das ist die Linke, Sie Idiot. Ja, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Sie kriegen einen Anwalt gestellt, wenn Sie sich keinen leisten können. Wenn Sie einen Anwalt haben, haben Sie das Recht anzurufen. Hey, lass es sein, wenn du den Weihnachtsmann nochmal wiedersehen willst. Aber was, was, was habe ich denn gemacht? Sie, Sie haben Ihre Frau umgebracht. Leugnen Sie doch nicht. Aber, das ist doch meine Frau. Was? Was? Sie Schwein. Bigamist sind Sie auch noch. Aufschreiben, Kleinmayr. Und Sie kommen mit, Herr Müller. Aber ich heiß doch Mayr. Was? Auch noch unter falschen Namen lebend. Das ist ja Urkundenfälschung. Das gibt mindestens lebenslang. Aufschreiben, Kleinmayr, aufschreiben. Führen Sie ab, diesen furchtbaren Verbrecher. Was? Papa, wo geht's denn hier, Papa? Komm, hilf mir doch mal. Ach so, Mayr oder Müller, oder wie Sie auch heißen mögen. Das mit dem Straßennamen hätten Sie sich sparen können. Höh? Höh? Nun tun Sie nicht so, als hätten Sie nicht das Schild Bergstraße mit dem Schild Goethe-Straße vertauscht, um uns zu irritieren. Aber wir sind nicht so leicht, hinters Licht zu führen. Höh? 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 Sie haben heute wirklich Glück gehabt. Wenn wir nicht so schnell reagiert hätten, wer weiß, was aus Ihrem schönen Weihnachtsfest geworden wäre. Höh? Das war's für heute.